Miela mit dem Anstoß. Gibt es jetzt die Gelegenheit, Andres Silva. So, das gibt Ecke für den Rats im Eiland. Suso mit der Ecke, der Keeper schnappt sich den Ball, ganz sichere Aktion. Und der Ecke, der Keeper schnappt sich den Ball, ganz sichere Aktion, ganz sichere Aktion, ganz sichere Aktion, ganz sichere Aktion, ganz sichere Aktion. Und der Ecke, der Keeper schnappt sich den Ball, ganz sichere Aktion, ganz sichere Aktion. dieses treffers die flanke war lang unterwegs aber auch sehr gut reingebracht und da fällt der abschluss leicht klasse gemacht kompromisslos vorgetragen alles in allem hier noch mal schön in der wiederholung zu sehen ja schön durchgesetzt kaum eine chance den noch abzuwehren sie sind jetzt also in führung 10